Ich bin Harris aka Metal Ischwan, der Fürst der Unterwelt und ich bin in Maschines Chat-Talk gewesen. Und damit ein herzliches Willkommen an euch da draußen an den Internet-Empfangsgeräten. Das sieht man sehr, sehr selten. In Shows. Sehr selten. Ja, sehr selten. Super selten. Du hast den Job. Ich laber immer dazwischen. Ja, du bist eine arrogante Sau, mein Freund. Ich habe jetzt einen wunderbaren Kommentar ein. Raid ist ein Speed-Dating mal anders. Du hast einen 3.000 Euro Gamer Laptop. Nein, habe ich gar nicht. Dein Lüfter ist so laut. Ganz recht herzlichen Dank. Wir wollen euch alten Säcken und, wie sagt man, Säckinnen? Wenn wir irgendjemanden raiden, dann sind von 10 Fällen maximal 2 dabei, die dann doch kacke sind. Ich bin ganz, ganz klein, wie ihr seht, und Metal Ischwan ist ganz, ganz groß. Was heißt die 183 Prozent? Was heißt das? Geld. 1.000 Dank und ich wünsche mir einen Hype Train. Das wünsche ich mir ja immer, Alter. Aber, na, wir schauen mal. Was? Okay, alles. Vielleicht hätte ich lieber Steve einladen sollen. Nein. Der wäre auch nicht so schön angemalt. Ist deine Nachricht jetzt aufgeploppt oder nicht? Jetzt. Und hat einfach mal hier jetzt richtig... Rübergerated, Alter. Mit 39 Leuten. Verdammte Scheiße. Ich danke ruhig, aber ich kann auch so nicht arbeiten. Ich fand, du musst jetzt mal ein bisschen straight sein. Ja, ich bin straight. Nicht zu verwechseln mit Sub aus dem SM-Bereich. Alles klar. Ganz wichtig. Sub im SM-Bereich. Nicht wichtig. Nicht wichtig. Sehr schön. Oder? Das ist mein erstes Mal, ja. Fetisch-Leute. Man darf sich keine Fetisch-Leute einladen. Von Maschine's Late Night Show. Und während ihr euch das erklärt... Das sah so schön aus, wie dein Kopf abgeschnitten wurde. Dieses Herzchen drückt man nicht, weil das bricht die Herzen aller Menschen. Das macht man einfach nicht. damit es stains k Skelle ist so nett selbst. Wie fühlst du es das? Was macht leiser ein? Vielen Dank.